Hallo meine Lieben, ich bin jetzt schon beim Catwalk Seminar und war auch gerade dran beim ersten Shooting. Und ja, jetzt fühle mich ja mal so generell den Ablauf, wie das so anfängt. Also wir sind jetzt mal gekommen und haben halt generell den Ablauf in zwei Tagen durchgesprochen, also besprochen. Und ja, jetzt haben wir das erste Shooting eben und es soll halt von Tag zu Tag besser werden. Deswegen haben wir jetzt nur reine Sportklamotten an. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Versuch ruhig dich zu bewegen. Das heißt, nach jedem Glitz hätte ich gerne irgendeine Wand umzusetzen. Das heißt, ob du jetzt rüber schaust, nach rechts, nach links, nach oben, nach unten, ganz egal. Nach jedem Glitz irgendwas komplett anderes. Das heißt, nachdem wir das Video. Das heißt, nachdem wir gerade noch ... ... im Laufe Psalm 4-4-1, ganz hier in der Zeit. Los geht's auf alle Check-geschichten, nach unten! Und ja! Das ist die Worte Informationsprogramm. Das ist die Worte. Das ist die Worte. Das ist die Worte. Und ja! Das ist das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das sind jetzt unsere Outfits. Und zwar hat die Evo ein komplett schwarzes Outfit mit Rock und Strumpfhose drauf und hohen Schuhen und ich habe eigentlich auch hohe Schuhe, nur die will ich jetzt weg, weil wir jetzt in den Fischerpark gehen werden und sich eine Modenschau anschauen und da bocke ich das nicht auf die Hohenschuhe die ganze Zeit immer zum Rennen. Aber ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.